bismillahirrahmanirrahim. Wir haben heute Samstag den 18.05.2024. Wir befinden uns bei Büro da Gural. Er möchte nicht gezeigt werden, voll auch Verständnis. Er ist voll unter eine Hardcore Chemotherapie, die er durchführt. Und die nächsten sieben Tage hat er gebeten, bitte schreibt ihm keine Nachrichten. Wer mich kennt, kann mich anschreiben oder seine Schwester. Wer nach ihm fragen möchte, der muss jetzt absolute Ruhe haben. Und MashaAllah, ihn kennen auch viele, somit werden am Tag sehr viele Nachrichten kommen und das wird ihn belasten. Und er wird gesund, Inshallah, er wird gesund. Wir wünschen hiermit auch Genesung für all die Menschen, die krank sind, für all die Menschen, die im Kriegen sind, für all die Menschen, die Hunger haben, wünschen wir, dass alles gut wird für diese Menschen. Und nicht nur für Bruder Gural, sondern für all andere Menschen wünschen wir alles Gute. Vielen Dank.